Hallihallo und willkommen zu einem neuen FIFA 17 Karrieremodus Video. Wir sind in Saison Nummer 3 und viel wichtiger ist natürlich die Tatsache, wir spielen diese Saison in der Premier League. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz feine Sache. Und darauf haben wir jetzt hingearbeitet, zwei Jahre quasi, zwei Saisons, wenn man so will. Zwar nur zwölf Folgen, weil das Ganze doch sehr, sehr flott ging. Aber, ich hatte ja schon mal angekündigt, es könnte durchaus sein, dass die Saisons ein bisschen länger jetzt werden. Ich werde trotzdem versuchen, viel zu simulieren. Aber gerade wenn wir viel simulieren in den ersten Saisons, dürfte es doch immer eher um den Abstieg gehen. Als, ja, irgendwie halt sich oben anzugreifen, wird es eher darum gehen, nicht abzusteigen und uns nach und nach in der Liga zu etablieren und dann mal gucken, wie viel Saisons es dauert, bis wir ein Team aufstellen können, das um die Meisterschaft mitspielen kann. Das könnte, wie gesagt, eine ganze Weile dauern. Von daher, nehmt mir das nicht übel und dem Team vor allem auch nicht. Aber das liegt durchaus auch daran, dass einmal natürlich Kai Havertz nicht mehr da ist. Das ist schon sehr, sehr, sehr abgefuckt. Das hatte ich schon mal gesagt, letztes Mal, dass EA das einfach nicht hinbekommt, dass diese Leihkaufoptionen irgendwie funktionieren mal in irgendeiner Weise. Also ab und zu geht es mal, ab und zu geht es nicht. Da gibt es irgendwie überhaupt keine Regeln. Und es ist, es ist, es ist, es ist sehr nervig. So, die Position auf der 10 wird fürs erste Mal Justin Kluivert übernehmen. Das hatte ich schon mal gesagt, auch am Ende der letzten Episode. Dann habe ich auch gesagt, wir werden eine ganze Menge Angebote bekommen für Johannes Eggestein, weil er halt mittlerweile unser Superstar ist. Aber wir werden ihn zumindest innerhalb dieser ersten Saison nicht abgeben. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn wir den abgeben, dann könnte es durchaus darauf hinauslaufen, dass wir ohne ihn absteigen. Und das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Also gerade Eggestein soll uns, wenn möglich, in der ersten Saison zum Nichtabstieg verhelfen. Das ist auf jeden Fall unser erstes ganz großes Ziel. Deswegen, klar, mit dem Geld von Eggestein könnten wir uns wahrscheinlich drei, vier andere Stammspieler auf anderen Positionen kaufen. Aber wie gesagt, sein Wert wird nicht sinken, wenn er eine Saison der Premier League gespielt hat und ordentlich spielt. Der Junge ist 20 Jahre alt. Wenn er nach der Saison auf 84 oder 85 hochgeht, dann ist er schon mal das doppelte Wert als das, was die Spieler, aber was die Vereine jetzt geboten haben und immer noch 21 Jahre. Also von daher sind wir überhaupt nicht unter Zeitdruck. Vertrag hat er auch noch lange. Und da Alex Isak noch nicht so trifft, wie ich mir das gerne erhofft habe und es gab ja auch schon ein paar Kommentare, dass wir da überlegen sollten, das Geld besser anzulegen. Aber gerade Alex Isak werde ich auf jeden Fall auch diese erste Halbe, wenn nicht sogar die erste ganze Saison Zeit geben, nochmal was zu zeigen. Denn wie gesagt, er ist erst eine halbe Saison bei uns. Dazu kam er zu uns in die zweite ähnliche Liga. Er hatte kein sonderlich hohes Rating. Jetzt verbessert er sich in allen Stats. Ihr habt es ja gesehen, auf 74 oder 75 ist er schon mal hochgegangen. Und das sind auf jeden Fall alles Anzeichen dafür, dass er sich durchaus als zweite Kraft hinter Eggestein etablieren kann. Und zur allergrößten Not müssen wir Isak so weit etablieren, dass er zur Not Eggestein ersetzen kann, falls wir doch irgendwann mal schwach werden bei einem großen, großen Angebot. Ein weiteres Problem, das ich sehe, ist einfach unser übergroß mickriges Transseer Budget. Also das ist wirklich absolut lächerlich für uns als Premier League Club, als Aufsteiger. Das war okay, aber wenn man überlegt, was die anderen Aufsteiger in echt ausgeben. Ja, das ist irgendwie nicht verhältnismäßig, wie wenig Geld wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist ungefähr so viel, wie wir in der zweiten Liga bekommen haben. Und wieso sollte man in der ersten Liga dann nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen? Zumal wir die meisten Ziele, auch die finanziellen, immer eingehalten haben. Und ja, ihr habt gesehen, wir haben uns an ein paar Spieler bemüht, wie Cook oder so. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, sie nicht zu holen. Der einzige Spieler, den wir jetzt holen werden, direkt von Beginn an quasi, oder den wir holen werden, weil ich deutlich gesagt hatte, dass ich keinen Bock mehr hatte auf das blöde Hin und Her von Tommy Smith auf unserer Rechtsdeter-Position. Werdet ihr gleich sehen, dass wir Florent Havarjonay, oder habt ihr gerade gesehen, besser gesagt, verpflichtet haben für die rechte Abwehrseite ein bisschen Geld. Und Tommy Smith, der jetzt endlich weg ist, wie gesagt, natürlich ein sehr solider Spieler und den hätten wir durchaus auch eine Weile noch durch die Karriere ziehen können. Aber dieses ständige Hin und Her, ich bleibe, ich gehe weg, ich möchte mehr Geld, ich möchte nicht hierbleiben, das war einfach nur krass nervig. Also, ich habe mich um ein paar Zehner bemüht, aber ich habe mich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt erstmal entschieden, keinen zu verpflichten, der übermäßig viel Gehalt braucht, denn gerade jetzt im ersten Spiel können wir durchaus Kloyward auf der 10 testen und mal gucken, wie er da so funktioniert. Also, ging es dann in die erste Partie und die Premier League Partie und wir spielen gegen West Bromwich, bei West Bromwich. Und, ja, allein schon die ersten Grafiken, wie gesagt, das ist natürlich ein ganz anderes Spielerlebnis, als man das zur Zeit noch in der Bundesliga hat. Das ist natürlich durchaus möglich, das sind FIFA 18. Meistens zieht die Bundesliga ein Jahr später mit dem, was die Premier League hat, nach. Ob es dieses Jahr auch so sein wird, weiß ich nicht, aber ich muss schon sagen, wie gesagt, diese Animationen und mit originalen Premier League Logos und so weiter und so fort, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Auch die Ausstellungen, wie die gemacht sind, Kapitän wird eingeblendet. Also, deswegen lasse ich das hier auch mal quasi komplett durchlaufen. Da ist, wie gesagt, für mich das erste Mal, dass ich das Ganze sehe und ich weiß nicht, wie viele von euch Premier League Karrieren gemacht haben, wahrscheinlich viele von euch. Aber, wie gesagt, für mich ist das durchaus noch was sehr, sehr Besonderes. Also, Hada Jonai wird direkt mal auf rechts natürlich beginnen. Das kommt jetzt nicht so überraschend, denn, ja, Smith ist weg und jetzt ist ja unsere Nummer 1. Unser Gegner, also West Bromwich Albion. Die sind natürlich durchaus ein Gegner auf, nicht auf Augenhöhe, aber ein durchaus Mitabstiegskandidat. Aber als erstes Alex Isak, da fehlte nicht so viel zu seinem ersten Treffer für uns. Und das wäre natürlich eine Top, ja, Aktion gewesen und für sein erstes Tor durchaus ein passender Zeitpunkt. Löwe mit der nächsten Gelegenheit, aber gerade natürlich die Keeper werden dieses Jahr noch mal ein ganzes Stück stärker sein als letztes Jahr. Generell alles, auch die Spieler im Abschluss, wie zum Beispiel hier die Chance. Forsten Rondon setzt nach und das ist natürlich ein Spieler, der uns sowas dann leider Gottes reinschiebt. 1 zu 0 West Brom. Zum Zeitpunkt bisher durchaus unverdient, aber das ist natürlich jetzt kein Indikator dafür, dass wir hier komplett überlegen waren. Wir hatten gute Chancen, wir hatten vielleicht auch die besseren Chancen. Nada Jonay mit der nächsten Gelegenheit. Und ihr seht schon, es ging durchaus in eine Richtung. Kleubert war sehr aktiv auf der Szene, hat mir gefiel mir gut bis zu diesem Zeitpunkt. Dann Grüne, dann ist es Kleubert, ne, das war Eggestein, sorry, Eggestein. Und der scheitert wieder am Keeper. Trotzdem, ein munteres Spiel und gerade für die erste Partie war ich damit natürlich sehr zufrieden. Rondon an den Außenpfosten, da fehlte auch nicht so viel. Aber dann die Riesenchance. Justin Kleubert alleine aufs Tor zu Rot oder nicht. Kein Rotpfosten. Ja, ja, ja. Mittlerweile fragte ich mich natürlich auch, wird das hier überhaupt noch was? Warum habe ich kein Glück? Aber dann, aber dann. Isaac, auf! Könnt ihr es erraten? Natürlich. Unser erstes Premier League Tor. Willkommen in der Premier League. Sebastian Grüne. Unser kleiner Jugendspieler, den wir entdeckt haben. Und der sich ja mittlerweile, kann man sagen, zum Stammspieler etabliert hat. Und wenn er jetzt auch noch so viele Tore schießt. Ja, vielleicht ist er auch einfach eine Option für die Zehnerposition, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn er als ZM gelistet ist und ich ihn da auch sehr gerne spielen habe, weil er durchaus ein kleiner Zweikampf-Sau ist, auch im Mittelfeld. Und dazu halt noch einen unfassbar guten linken Fuß. Dann die nächste gute Chance. Billing braucht zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Und West Brom setzte weiterhin diese Nadelstiche vor. Flanke, Kopfball, Jakob, Pfosten und dann der Fehler von Billing. Oder von mir, sucht's euch aus. Das darf natürlich auf diesem Niveau niemals passieren. Rondon mit dem Doppelpack. Und jetzt musste ich natürlich aufmachen. Ich wollte irgendwie einen Punkt mitnehmen im ersten Spiel. Nächste Gelegenheit, Schadli. Aber knapp daneben. So, jetzt sahen wir kurz vor Ende der Partie. Wir leiteten nochmal ein Angebot über Links ein. Über Löwe und Eggestein. Und dann kommt der Ball zu Braun. Und Braun findet Alex Isak. Und ja, eventuell hatte ich kleine Andeutungen schon gemacht zu Beginn der Episode. Aber Tor und Assist von Alex Isak. Im allerersten Premier League-Spiel, nachdem er nichts gerissen bekommen hat in der ersten halben Saison in der zweiten Liga. Aber nochmal Rondon und Schwolo, unsere zunächst mal neue Nummer 1, sichert uns den ersten Premier League-Punkt. Durchaus ein kleiner, wichtiger Schritt schon mal auswärts bei einem zumindest mal mit Abstiegsanwärter. Nicht unbedingt einer der großen Abstiegs-Favoriten, aber durchaus kein Team, das irgendwie mit oben mitspielt. Von daher, wichtiger Auswärtspunkt. Wir haben gemerkt, wenn ich selbst spiele, ist zumindest was drin in diesen Partien. Unser Team hält da gut mit. Ob das beim Simulieren auch so sein wird, das muss noch abgewartet werden. So, ich hatte jetzt noch ein bisschen Geld. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, auch da ich noch ein bisschen Geld habe. Ein bisschen war zwar schon drauf. Ein Chum stand kurz vorm Absprung, wird aber letztlich nicht wechseln. Soweit kann ich euch das schon mal sagen. Nein, ich wollte noch ein paar Spieler für die Tiefe haben. Das war dann einmal hier dieser Sam McQueen. Der sollte auf der linken Seite Chris Löwe entlasten. Und dann holte ich noch Curtis Good. Und während wir in unser zweites Spiel gehen und eine knappe Niederlage gegen Chelsea einstecken mussten. Das ist wirklich nicht so wild. 2 zu 3 zu Hause gegen Chelsea ist definitiv kein Beinbruch. Das sind alles diese Zusatzspiele, wenn man so will. Denn da erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass wir in der ersten Saison da wirklich groß auftrumpfen werden. Ihr seht, ich habe noch auf ganz viele Spielerangebote rausgehauen. Ich wollte irgendwie noch versuchen, einen billigen Spieler zu bekommen, der uns eventuell noch, gerade auf der 10er Position, wie gesagt, kläubert. Gefällt mir gut, aber wir brauchen durchaus eine Alternative. Zumal Ishai Brown ja eigentlich noch wechseln möchte. So, und wir werden tatsächlich noch einen, zwei Spieler verpflichten. Einer davon wird sein, Jakob Brünn Larsen. Der tatsächlich dann quasi sowas wie mein weiterer Joker ist. Der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt perfekt für diese Karriere geeignet. Aber ein junger Spieler, der durchaus die Außenverteidigerposition einnehmen kann, den ich eventuell da entwickeln kann, wenn er sich gut entwickelt. Okay, wenn nicht, dann wieder halt weg. Unter eine Million kann man nicht viel falsch machen. Aber dann quasi der große Transfer für unsere Verhältnisse ist jetzt, last but not least, Eamon Barkok von der Eintracht aus Frankfurt, den wir uns jetzt quasi verpflichtet haben. Das ist quasi ein ähnlicher Spielertyp wie Kai Havertz, auch als RM aufgelistet, aber durchaus als 10er einzusetzen. Ähm, ja, 73er Rating, auch 4 Sterne Skillmoves, ähnliches Skillset von den Stats her wie ein Kai Havertz. Ähm, ich werde mich wahrscheinlich trotzdem in den nächsten Transferwärts dann immer wieder um Kai Havertz bemühen. Außer ihr sagt, nee, lass das jetzt, den brauchen wir gar nicht. Wie gesagt, Brünn Larsen, der wird einer sein für die Auswechselbank, zum Entwickeln für die zweite Mannschaft. Wenn es nicht funktioniert mit dem, dann verkaufen wir den wieder ohne Verlust. Also viel falsch können wir da nicht machen. So, damit sind wir angelangt. Erste Episode der neuen, äh, Saison vorbei. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Und dann hoffentlich hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss.